Ja, hi, willkommen, mein Name ist der NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts Unterbelagerung. In der letzten Folge haben wir ja diese Mission gemacht, Feind vor den Toren, was wir irgendwie mit Bonzo geschafft haben, obwohl ich mich voll beeilt habe, was ich ja auf Screen gemacht habe. Und wo wir ein bisschen verzweifelt sind. So, und jetzt machen wir ja der letzte Angriff. Dann ist das doch die letzte Mission der griechischen Kampagne, Gyros. Äh, okay, das ist er endlich, der Angriff auf die Stadt Troja selbst. Der Sieg über die mächtige Stadt liegt zum Greifen nahe, doch Prinz Paris und seine Armee wollen Helila einfach nicht freigeben. Jedenfalls nicht ohne einen ordentlichen Kampf. Sie brauchen genügend Orte des Sieges, um eine Citabelle abbrauen zu können. Lassen Sie die Trojaner danach den trojanischen Esel schminken. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Moa! Sehr gut. Okay, der letzte Kampf der Olympians. Hoffentlich wäre das nicht so schwierig für der letzte. Weil die war doch nervig, die Mission. Obwohl die eigentlich nicht so schwer war. Dabei habe ich am Anfang gesagt, die hat mir gefallen, aber ich hätte ja nicht gedacht, dass ich eine zeitliche Übergrenzung gehabt habe. Das fand ich doof. Am besten nochmal schnell rekapitulieren. Die Trojaner haben die Gemahlin des Königs geraubt. Sie haben 15 Jahre gebraucht, um hierher zu kommen. Und weitere 10 Jahre, um durch die Tore zu brechen. Aber jetzt sind sie hier. Troja! Um endlich die Trojaner zu besiegen. Und Helena zum Feier. Super, was ist das denn? Meine Güte, hat sie 30 Titadellen nicht da gerade gesehen. Sie müssen vier Orte des Sieges sammeln. Die einer ist direkt daneben. Eine muss ich erledigen. Ja, super. Und einer ist da. Und eine Zitadelle bauen. Ja, wenn es sonst nichts ist, ne? Sobald sie eine Zitadelle gebaut haben, haben wir alles kaputt. Haben sie Zugang zum mächtigen. Prächtigen. Und ein wenig übel riechen. Und den Trojanischen Esel. Was sie mit ihnen machen, bleibt natürlich ihnen überlassen. Kann ich mich da hin bewegen? Doch denken sie daran. Töten sie Helena nicht. Lass die Schlacht beginnen. Die letzte Schlacht, meine ich. Sie und König Helena müssen um jeden Preis überleben. Sie müssen die Festung des Gegners zerstören. Dann gewinnen sie vier Orte des Sieges. Okay. Wenn es sonst nichts ist. Trojan gut. Okay. So, einen haben wir schon mal. Wir haben zwei. Das sehe ich gerade. Ne, wir machen mal ihn als erstes platt. Trojan ugly. Ehe okay. So was. Lass mal mal. Und gehen wir da hinten in uns sammeln. Das ist ein. Dann will ich lieber im nächsten Zug hier mit einem Bergfriedlager angreifen. Das wird es, glaube ich, ein bisschen mehr bringen. Ja, strategisch. Und jetzt haben wir 45 Minuten Zeit. Kann ich da hin? Riesenarmbrust. Boah, geil. So. Machen wir mal einfach so. Ob das das bringt. Keine Ahnung. Wow, die Festung ist voll angekratzt von denen. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich nicht so gebracht, aber egal. Doch, das hat es gebracht. Für ihn ein. Okay, Troy and bad. Troy and good. Troy and ugly. Oder was? Wir müssen uns da hochbauen. Und dann gegen... Boah. Leck mich. Hä, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich den denn retten? Ich kann gar nicht die Dinger kaputt machen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe ja das Ding gerade gebaut. Okay, ich weiß aber, was ich zu tun habe. Ey, mein Blick gerade. So. Vier Stück. Das wird ja wohl reichen. Und den Baum hat da hin. Und der nicht so schnell kaputt geht. Äh... Was jetzt? Er hat abgezogen, wenn ich das jetzt... Versuchen wir mal. Ich war abgezogen. Also einen vernünftigen Wert. Ja, geht. Oh, ich sehe, das ist ein schönes Ding. Äh... Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Ich muss die alle erledigen. Ja, super. Wie soll ich denn das machen? Ich darf nicht die Festung kaputt machen. Das ist doof. Hm, weil dann explodiert ja auch Helen. Voll doof. So, kann ich irgendwie noch so ein Ding da bauen? Wenn das sicher ist. Ich glaube nicht, ne? So, macht man das. Turm montiert. Versuchen wir mal, das Ding da zu treffen. Nochmal. Ich beeile mich. Ja, aber schon wieder zeitlich übergrenzt. Und dann nervt mich hier. Na, okay. Einfach Dinger legen, dann sind die alle weg. Wird schon irgendwie schneller gehen, habe ich das Gefühl. Ja, okay. Kein Ding. Die anderen Dinger stehen noch, ne? Habt ihr nicht erwartet, was? Ich habe noch Türme bauen. Ja, super. Ich kann nichts mehr bauen, Idioten. Was ist denn mit hier? Kann ich hier nichts bauen? Doch. War noch zweimal Ballista und dann ist das Ding weg. So. Sehr gut. Sehr gut. Das Ding ist gleich weg. Na, fast. Noch zwei Volltreffer und das Ding ist weg. Wo ist die Trojan? So. Seht ihr das? Ich kann das Ding kaputt machen, weil das explodiert ja das Ding. Und dann explodiert sie. Ich muss die Typen ja alle einzeln erledigen. Aber vorher muss ich das Krankenhaus erledigen, weil sonst spawnen die alle wieder. Sehr mal geile Voraussetzungen. Und die sind natürlich wieder vor die Scharfschützen, also öffnen wir so oder so, auch das Leben davon. Boah, Hilfe. Ich kann versuchen, nach oben hinzugehen. Zu denen. Will ich bestimmt vollbringen. Kann ich irgendwo abbauen? Ja, natürlich. Wart. Okay. Ah, perfekt. Ich habe unendlich viele Türmeer hat und sich auch so labisch. Ja, ich habe unendlich. Da wäre auch ziemlich mies. Nein, Mann, du blödes... Ach, Mann. Doof. Jetzt kann ich nochmal auf das Ding ziehen. Egal, jetzt haben wir gleich. Ja, durch den schönen Bergfrittin bauen, damit das nicht so schnell kaputt geht. Aber kann ich gar nicht, ne? Obwohl, doch, kann ich doch. Da bin ich dann zwei. Ne, kann ich nicht. Keine Ahnung, welcherlich sehen. Was? Nein. Warte, einen Moment. Ich muss noch das Ding da hinbauen, verlampt. Das kann gar nicht kaputt gehen. Ja, auch 89. Ja. Ein Turm hat 100. Also, geht da nicht. Nein, ich kann halt immer noch nicht bauen, verdammt. Jetzt machen die ja gleich kaputt und ich tue schon wieder jetzt Zeit verschwenden. Oh, Mann. So, wer hier macht den Turm jetzt gleich kaputt, eh? Dann ist es. Boah. Nein! Nein! Das Ding ist im Weg. Leck mich, das gibt's doch nicht. Hey, wie er alles wieder nicht nach Plan läuft. Boah, ich will ja nur an einem Ding da kaputt hauen, ey. Boah, wir haut jetzt den Turm da eben kaputt, ne? Boah, wir... Ihr haut jetzt nicht den Turm kaputt, oder? Sonst kann ich ja... Jetzt kann ich ja noch länger warten, ey. Nein, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Junge. Danke. Ey. Mein Herz. Alter, wie lange ist denn das noch? Das ist doof jetzt. Ich kann jetzt nix bauen. So, sehr gut. Kann ich auch nix. Ja, würde ich gerne eine riesige Explosion nennen. So, ich muss beenden, okay. Ja, jetzt komme ich da immer näher. Und hoffentlich kann ich den Turm jetzt auch, wenn man... Konntest du da jetzt noch was bauen eigentlich? Das wäre gut gewesen. Das mache ich nicht den Turm kaputt, ganz ehrlich. Ich mache nicht den Turm kaputt. Wenn du nur den Turm jetzt kaputt machst, dieses eine Stückchen. Danke. Dann würde ich echt ausrasten, ey. So, da kann ich jetzt da hinten bauen. Danke. Ja. Ja. Ja, aber mehr kann ich jetzt nicht machen, glaube ich. Ja, ich möchte mich da langsam hocharbeiten. Das ist auch irgendwie blöd. Jetzt muss eigentlich nur das Ding da kaputt gehen und wir sind weg. Nee, Quatsch. Das Ding ist damit verbunden. Ich weiß es nicht. Sehe ich ja bald. Habe ich so das Gefühl. Immer wieder sowieso schief gehen. Au. Ich blute. Wir ziehen wieder alle auf uns, Mann. Oh, eins. Okay. Nicht wichtig. So, was haben wir denn jetzt zur Auswahl an Massenvernichtungswaffen? Ich kann nicht viel machen. Ich muss da oben hin. Ja. Das Ding ist damit verbunden. Alles gut. Oh, Hilfe. Ach, die Dinger sind vollkommen unabhängig, sehe ich gerade. Gar nichts da mit dem Ding zu tun. Und stimmt, ja. So. Jetzt soll ich ganz hoch gehen, erstmal. Mal wieder am Bergfried hinbauen. Und dann geht es uns allen gut. Ich habe wohl in 35 Minuten alles schaffen, hier. Einzige, was ich noch machen muss, ist die Typen, die außen verkehrt ziehen, ohne helle Naht zu töten. Oh, nein. Jetzt kommen die mit Dingens. Dann schießen Helen ab. Das wäre richtig doof. Ja, das können Sie ruhig abreißen. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und bau da irgendwie so ein Ding zum Balken. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich gehe jetzt nochmal zurück und versichere mich. Hilfe, Hilfe. Leute. Ich muss da zu heim. Leider habe ich mich immer hier so umschaue, aber im Gegnerzug verschwinde ich dann keine Zeit. So, ich muss den Stern da beschützen, am besten. Nee, das muss ich beschützen. Ich muss das jetzt mal eilig sein, weil da kam Bock, da hat es schon wieder alles hier. In der Zeit nicht klappt. Ja, verschwinde euch noch mehr Zeit. Wenn das hier kaputt geht, dann gehen all die Dinge auch kaputt. Nee, gehen Sie nicht. Sehe ich gerade, die sind jetzt doppelt verbunden. Oha. Sehr gut. Meine Ahnung. Ja, ich glaube, ich bin geschützt hier. Hallo, machst du auch mal was? Tut er einfach Zeit verschwendet. Drecksack. Und er macht gar nichts. Was? Was soll das? Ja, jetzt wollte er was machen. Idiot. Was ist auf dem Balken? Ich meine, natürlich pfeifen wir auf dem Balken. Ach, da ist der Trojanische Esel, okay. Meine Bergfräge gehen wir aus. Boah, was hättest du in mir überhaupt, Herkules? Ja, jetzt mach was, bitte. Jetzt hat er toll, wenn du nicht triffst, aber trotzdem, mach irgendwas. Warte, meine Burgen und so, die kommen alle. Boah. Boah. Macht das jetzt nicht die ganze Zeit, okay. Och. Ich glaube, die KI ist tot. Alter. Was ist denn los? Was ist denn los? Wenn wir den Trojanischen Esel haben, würde ich gerne das Krankenhaus kaputt hauen. Ja. Ich glaube, ich habe die effizientsten. Ja. Jetzt bewegt er sich. Einfach zu spät, Idiot. Das war merkwürdig. Ja. Ich weiß, wir machen das nur so, damit ich zeitmäßig denke ich immer noch. Weil ich zeitmäßig ja nicht mehr weiterkomme, ne? Kann ich irgendwas machen. Ne. So, jetzt bitte. Mach irgendwas. Ganz meinetwegen auch treffen oder so, aber... Kann ich jetzt sein, dass ich jetzt die ganze Zeit warten muss, bis ihr fertig seid. Nix macht. Boah. Ja, ich wollte provozieren, wisst ihr halt eigentlich. Ach. Ne, wie soll ich denn darauf reagieren? Ich stehe da am verarschen. Warte mal, wenn ich da hoch gehe, ne? Dann legen sie wieder voll los, oder was, ne? Wow, danke, er bewegt sich mal. Volle Zeitverschwendung, wenn wir jetzt wegen der Zeit sich hier verlieren, ne? Hey. 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 Ich kann ganz knapp gehalten, ne? Ich glaube, wir haben auch gar kein Interesse an meinem... Ich bin befreit. Die haben, glaube ich, gar kein Interesse an meinem Gebäude. Einfach nur töten. Was neig? Da. Ja. Ja, genau da. Ich komme mit meinem Stud. Ne? Hey. 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 ich habe das bringt es mich was man hat also vier sehe ich gerade nicht drei sie bewegen sich wieder sie leben noch mit nutzen ihre zitadellen waffen nicht doch immer die haben nein das ist nicht wahr und ziehen jeden damit machen die kaputt okay das ist jetzt sehr gut meine güte was ist mit der kai auf einmal los ich mag es ja kaum zu sagen aber ich bin besser als die künstliche intelligenz hier diesem level es ist wunderschön das muss ich mich so ein bau auch noch naja ich kann auch da einbauen natürlich wird irgendwas großen kommen dann dann ja gut nacht wenn wir mit einem super nie vertreffen würden ich versuche einfach mal also wie also 4 kp wieder fest so mann ich hätte gerne zu panik fährt um die 100 kanten aus der kaputt zu hauen also nebenbei aber vorher eine stadelle da genau würde ich lieber noch ein paar gebäude einbauen damit kann ich verrecken was sagt man ja doch und endlich dinge davon das war mal schön und abzusichern und so immer erstmal geburt und tun ein bisschen schaden mit anrichten jetzt sieht er da kommen wir aber versuchen wegzauern super renault raus ja ich kann versuchten ja nicht auch wenn ich ein wurm treffe dann ist er sofort tot da war jedenfalls beim letzten mal so aber drei stück von dem piechern also da hat mich ein bisschen spaß haben damit ist nur noch kranken aufs weg kann dann ist alles gut dann können die nicht spawnen respawn meine ich und ja also ist gut der burg reicht erst mal aus hallo die porno zitadelle kommt erst mal später der coordinierst du dieser du Vielen Dank.